Diese Woche habe ich gelesen «Zeugende Nacht» – ein Fall für die Navajo-Police von Tony Hilleman. Es ist der erste Band über den jungen Navajo-Officer Jim Che und ab dem Jahr erschienen laufend weitere Bände auf Deutsch. Der Autor Tony Hilleman ist gebürtiger Navajo und seine Krimis spielen im Indianer Reservat. Es hat dort eine eigene Polizei, aber wenn es Probleme gibt, die auch die ausserhalb des Reservats interessiert oder betrifft, gibt es Reibungen mit den amerikanischen Officern, wer zuständig sei. Mehr erfährt auch sehr viel über die Kultur und die Zeiten der Navajo und über den Jim Che privat. Er hat überraschend ein Jobangebot vom FBI bekommen, ist aber hin- und hergerissen. Denn eigentlich will er bei der Navajo-Police bleiben, bei der Kultur, die er versteht. Und er hat einen geheimen Wunsch, wie der Rituelle «Singer werden». Sehr spannend geschrieben, sehr gut und vielleicht das erste Krimi von einem Indianer Reservat.